Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht um diesen Koffer. Wir müssen ihn unbeschädigt Leuten wegnehmen, die das mit allen Mitteln verhindern wollen. Na toll, genau mein Job. Einige sind bereit dafür zu sterben. Ganz cool, das ist nur ein Spiel. Würden Sie ein Foto von mir und meiner Frau machen? Möglichst mit Palmen. Der hier sichert den Koffer, die anderen sichern den Boss. Die sind verdammt gut. Aber alle sind bereit dafür zu töten. Ich verlange 100.000 Dollar und zwar im Voraus und ich will nochmal 100.000, wenn Sie den Koffer haben. Wer warten kann, der wird belohnt. Zielperson ist unterwegs. Okay, es ist soweit. Der Einsatz beginnt. Komm schon, gehen wir. Ich würde nicht hingehen. Raus mit dir. Verschwinde so schnell wie es geht. Los, weg! Woher hast du gewusst, dass das eine Falle war? Das ist das Erste, was Sie dir beibringen. Wer hat dir das beigebracht? Habe ich vergessen? Das ist das Zweite, was Sie dir beibringen. Wir haben einen guten Plan und wir werden uns daran halten. Für wen arbeitet diese Frau? Haben Sie Angst? Klar habe ich Angst. Glauben Sie, ich mache das zum Vergnügen? Wer sind unsere Auftraggeber? Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen das mitzuteilen. Dann steigt allerdings der Preis auch gewaltig. Daraus wird leider nichts. Die Kleine hat uns gelingt. Wir verfolgen die falschen Leute. Steig in den Wagen! Von dem Regisseur John Frankenheimer. Robert De Niro, Jean Reno, Natasha McAleon, Stillens Karsgård, Sean Bean, Jonathan Price und Katharina Witt. Ich will dir nicht wehtun. Ronin. Machst du dir Sorgen, wie du deine Haut retten kannst? Ja und ob? Sie bedeckt meinen Körper. Gong. Gott verLetgt unsびív άgelormente an.